Es ist nicht einfach rausbleiben? Raus oder an, irgendwas zumindest. Oh nein. Vor euch liegen große Entbehrungen und Prüfungen. Vor allem, warum hört ihr die? Das ist ne gute Frage. Äh Headset. Headset. Funken liegt so auf der Lasse. Ohohohoho. Ich würde sagen Richtung Finder. Oh Gott. Das hab ich nicht gesehen. Geil. Oh, ich bin tot. Ich hab den Grunt nicht gesehen, der hinter der Mauer steht. Da ist er schon wieder. Sag doch. Er hat mich auch getötet. Aber ich hab ihn. Achso. Gleich schön. Der war wieder nicht zu sehen. Naja. Geile Licht hier. Hier gibt's auch leider keine alte Grafik mehr. Vielleicht jetzt da, wo der Typ stand. Durch die, das Tor da. Ja Katja, geht's bei dir weiter? Nein. Ne, ich komm einfach zu euch wieder. Hätte ich jetzt so grob behauptet. Ade. Ne, bei mir geht's nicht. Okay, dann wieder durch diese Tür, die wir. Sehr schön. Wo das fast davor steht. Da wo der Ton herkommt. Können wir vielleicht ein Schlenker über den Generator machen und den kaputt schlagen? Den Generator? Wo ist der Generator? Weiß ich nicht. Das wär schön. Wir haben doch mal Licht. Das ist doch gar zu viel. Äh, hier sind Pfeile. Weißt du nicht. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Aus euch werden wir die Westen der Westen machen. Sehr schön. Warum willst du die Allianz verstärken? Manchmal sind die schon komisch. Die sind schuldig. Na, nach nach nach. Hab ihn. Danke. Der liegt ja immer noch. Ja, es hat nur ein Schild. Ja gut, wir laufen einfach mal weiter. Ja, hier rechts schlank. Hier ist ein Riesentor. Oh nein, oh Gott, sekundäre Explosion. Es tut mir leid, aber du fährst die Zackel auf und dann direkt in meine Garnade rein. Ah, okay. Also ich habe den Ausgleich, würde ich sagen. Ich habe ja Ausgleich und die Gerechtigkeit. Ja gut, HD, dein Job wird in deinem Kanal sein. Äh, jeden schalten. Dieser Ort wird euer Zuhause sein. Der hier? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, es gibt Schnellberger. Habt ihr Feuer gemacht, bitte? Jo. Ein bisschen. Dieser Ort wird euer Grab sein. Oh, das ist nicht schön. Oh, da lässt man sie einmal zurück, da ist sie gleich zickig. So ist das halt. Hey. Ähm. Noch eine Mission? Ja. Also, ja. Gut. Jetzt so die zwölf Stunden Hartkommission. Was ist passiert? Wahrscheinlich, ja. Schiff, bitte melden. Status. Over. Falls sie mich hören, suchen sie eine Transportmöglichkeit und gehen sie nach vorne. Ich hasse das. Oh, oh, Mensch. Ganz ruhig, Marines. Jemand hat die Notstromversorgung getroffen. Sehr gut. Endlich flackert das Licht. Noch ein Bomben-Einsatz? Eigentlich war es nur eine Frage, mit wann Arbeitsbeginn ist. Ist mir trotzdem noch Kontakt zu kommen. Das kann man am Montag um 16 Uhr fahren. Ja, genau. Stimmt. Aber es gibt halt zwei Nutzern. Kannst wieder fünf Uhr oder sechs Uhr anfangen, ne? Naja. Ist doch ganz klar. Um 7 Uhr. Alles zusammenpacken. Ich ziehe raus aus diesem Höhen. Will jemand unbedingt fahren? Ja, jetzt mach ich das. Wollen wir nicht vielleicht... Ich fahre! Was? Will nicht jemand da hinten bei den anderen fahren? Ab Marsch! Lass mich an Bord! Bevor die sich nämlich gleich umbringen. Aber ob ich dann die Schlauste... Alter, super leid. Ich fass nicht, warum ich so ein bisschen gesteckt bin. Ja, die Zardassisten fahren zusammen. Oh! Oh! Du weggeht? Ah, jetzt kann ich überhetzen! Sehr gut! Du weggeht? Ja, okay! Überhetzen tut's nicht! Sehr gut! Die fährt das Ding! Wiii! Wer hat sich hier gerade so gefreut? Haha! Das war auch ein... Geil! Lauf! Schnell vorrücken! Keine Inlastung! Keine Inlastung! Ähm... Okay... Hast du keinen Gunner dabei? Na doch! Einen K.I. Gunner! Aber ich glaube... Ja... Keine Inlastung! Kanonen vor da! Ja! 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 Oh nein! Oh nein! Ich hab andere Granaten! So, die ist im Buch droht! Da lebt doch ne Granate! Da lebt doch ne, ja! Mit Hammer! Zwei! Zwei! Kanonen... Die fahren sich anders als in den anderen Teilen! Ja! Ich muss dir das mit angebilden! Scharfschütze! Zwei! Scheiße! Hab ein! Bruder! Achter! Bruder! Zwei! Deine Radkappe ist gerade abgefallen! Uh! Leute! Reise! Ich komme zusammen! Ich komme hier wohl nicht wieder raus! Toll! Du hast mich da voll in so einen Stein reingepackt! Laden erledigt! Na toll! Äh! Sniper! 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 Hast du schonmal mit nem Rückwärtsgang da versucht? Ich bin... Ich hab hier alles versucht! Warte! Ich komm zurück! Ich komm zurück! Ich will ja mal nicht so sein, ne? Wenn ich schon so auf die lande! Oh nein! Du bist echt ein Mieser-Fahrer! Scheiße! Ja, guck! Also ich bin jetzt... Oh, du bist echt ein Mieser-Fahrer! Haben wir gerade gehört bekommen von unserer Ollen! Was? Mhm! So! Ich hab Jakarta freigemacht! Oh! Oh! Ich bin gestorben! Verdammt! Lauf! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Äh... Ich bin wieder geprügelt und bin wieder eingestiegen! Ja! Ja! Ich dachte, du wärst auch tot! Und dachte so... Nein! 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 Ich hab ihn einfach nur platt gemacht! Das war richtig skill! Oder gut! Zweite! Hahahaha! Hindeut sich das Zweite! Oh! Oh! Oh, da ist einer tot! Ja, ich! Oh! Ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Okay, durch Wasser fahren nicht zu schlafen! Wieder tot! Na gut, mein ganzer Rolf hat... Der, der steht noch! Ja, aber... Können wir mal die Olle mitnehmen? Oh, nein! Granate! Ja... Äh... Wie gesagt, ich bin tot! Ich auch! Ah, das hat er springiert! Ach so! Für uns Scharfschützer schon mal recht! Okay, ich komme! Oh! Hier ist ein Scharfschützer auf der Brücke! Ähm... Dein Vortok ist... Da unten! Äh... Da ist ein Scharfschützer auf der Brücke! Danke, du hast mich umgebracht! Habe ich das Geschützturm noch erwischt? Nein! Ja! Seid ihr beide tot? Ja! Also hier... Sehr schön! Oh! Ja! Ich hab ihn noch nicht gesehen! Ich hab ihn noch nicht gesehen! Ich hab ihn gehört, wo er ist, aber... Ist jetzt tot zumindest! Okay... Den da krieg ich nicht! Hm... Schießt auf mich! Hm... Gut, er ist tot! Ja! Wollen wir es versuchen? Ich weiß nicht, ob das so ne schlaue Variante ist! Ich auch! Plus! Oh! Hiiiieiii! Ja, war schon Feuer! Komm! Hiiii! Ja! Noch irgendwas? Hm... Da lang ist vielleicht doof! Direkt da lang? So direkt gegen den Stein? Ja! ich bin schon im westgebiet und das sieht hier doof aus ich glaube hier kann man nicht so viel umfahren sehen sie die motorräder richtig ich fahr doch mal eine kleine runde ich habe hier einen sehr guten fahrer ich bin tot also der supertyp ist es ist hin ja der ist neu da ist ein geschützt lumpen wollen wir den irgendwie anschießen ja er ist ausgestattet ja er ist ausgestattet ich bin gestorben ja ich bin optimistisch ähm nein eigentlich nicht ich bin nur hängen geblieben an der einen teile das war ich oh guck mal hier steht ja noch wort so ein pilen zieht es so aus oh ne bugs alles voller bugs hier ach scheiße ich habe hier gerade so tot wie heißen die dinge eigentlich keine ahnung ja ich bin auch tot schreibt es in die chats wenn ihr wisst wie das link heißt das ist da schön oh trotzdem nicht weil der da reicht doofer buck ja wir sind tot ja ja ich laufe ja schon zurück aber ja die haben was gegen mich so weil ich auf zwei beinen laufen hi aber jetzt hast du gesehen wenn du wieder aus und einsteig sagt mir mal wie das ding heizt da 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 ist noch einer wir wir können uns dann noch einen holen er versucht euch auch noch so ein ding zu holen jo ooooh okay ich habe jetzt auch gleich zum ding oh fuck Untertitelung des ZDF, 2020 Stopps Stopps Chopper Die Dinger heißen Chopper Hm, was ist das? Stopps 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 Stopp 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 Die Kruise wird... Es kam etwas... Bitte wiederholen, Auflehrer. Die Verbindung ist schlecht. Da ist was im Kratomäen. Etwas unter der Sturm. Du zuerst? Immer voraus. Wow, ihr habt mich gerade das Gegen gerettet, ne? Ich bin gerade runtergerutscht. Ja gut, ich habe es nicht geschafft. Warum spawn ich hier eigentlich? Naja gut, hier wären wir sowieso nicht weitergekommen. Ah, was ist das? Nein, wie gesagt, hier wären wir nicht weitergekommen. Hier, also, okay, ja. Da sind auch unsere Marines da hinten. Ach so. Tö, gut. Es ist definitiv gewollt, dass man hier mit dem Fahrzeug ist. Definitiv. Ah. Oh. 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 Vorsicht. Das ist doch. Äh, äh, Jackpacks, Leute. Oh, ich bin tot. Die JPEG zücken müsstet ihr.